Willkommen zurück zu jetzt mit dem Fassum-Fogia-Together, Simon-Hannes natürlich wieder dabei, follow Salz-Reue-Stäbchen. Ich hab Thermometer an der Kamera, und hi. Ja, wir spielen des Zamas und Fortgeschütten, ihr seht's. Fortgeschütten, deswegen geh ich mit. Geh nach oben. Ab den Knochen, unten in der Knochen. Null. Check direkt mal wieder an der Werkstatt, vielleicht ist da wieder ein Ouija-Board. Wäre cool. Er ist wieder in dem welcher Raum. Echt? Ach, grad. Ah, okay. Oben hinter der Treppe, erster Raum. Wo? Jawohl. Ich lügen. Geh direkt der erste. Gut, dann, äh... Geh raus, hol Stuff und ne Box, und ihr geht auch raus, und dann geh ich fragen. Okay. So schwebt ja in der Luft. Ähm... Ja. Tobi, wir haben vorm Haus ne paranormale Aktivität. Null. 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 Wie viel Zeit habe ich noch? Null Ich habe Gefühle Temperaturen und Geisterbocken Okay Wieder meine Lieblingsgeister bis Also der ist auf der Türschwelle Wir haben auf der Türschwelle gerade minus 20 Grad gehabt Auf der Türschwelle Ich habe Fingerabdrücke Das ist ein Gespenst Die mögen es ja nicht Ich komme jetzt nochmal mit hoch gleich mit dem Kruzifix und noch einer Kamera Und dann provozieren wir den mal würde ich sagen Wo hast du nur die Fingerabdrücke gefunden? An der Tür Innen oder außen? Äh außen Auf der Türschwelle Ja, auf der habe ich gemacht Oder habe ich einen Knause umgeworfen oder nicht? Eine Flasche Wo ist denn das andere Kruzifix eigentlich? Ich habe es nicht Haben wir nur eins dabei? Mach das Licht aus Mach das Licht aus Mach das Licht aus Ja Der ist ja nicht so aktiv Ich müsste es trotzdem machen Michael Brown Michael Brown Michael Brown Hallo Michael 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 Klau dir dein Power Silk New Edition Dein Fui Premium Ist er dann hier noch Klopapier? Ein DUB Meister Ein DUB Meister Leger Shampoo White Swan White Swan Der ist hier hart am Steppen Step Tencel von Michael Jackson Michael Brown Michael Brown Er glaubt er auf Michael reagiert Michael Brown Yo chill Michael Brown Lasst die Tür offen Bitch Da spinnt was Der rollt Ja ja da spinnt die Flasche im Kreis Ich bin Flaschen drehen Bei dem von uns beiden Bei dem sie liegen bleibt Den killt er gleich Michael Meyers Hallo Brown Veschi Veshoel Billie Jean Is not my love Michael Ups Michael Brown Hallo 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 Ist hier zu viel Salz in dem Raum für dich? Probierst du nicht gerne League of Legends? Hahaha Ich glaub dem ist hier echt zu viel Salz Bewegt er hin die Per-Woll-Flasche Ist wieder die? Ich nehm dir deine Flaschen weg Lass sie liegen Was haben wir noch für Bonusaufgaben Hannes? Michael Brown Wir haben noch die Bonusaufgaben mit dem Foto Michael Brown Bist du der Bruder von der guten Linda Braun? Wahrscheinlich. Wenn er nur erscheint, wenn einer alleine ist, soll ich vielleicht mal rausgehen, wenn du noch Fotos hast. Ja, geh mal raus. Okay. Provoziert immer richtig krass. Geh am besten mal so weit raus, dass du nicht hörst, wenn ich beleidigen anfange. Er macht gerade die Tür zu lang. Sollte mal Pille nehmen. Ich glaube, der erscheint nämlich eher, wenn der Simon alleine ist. Ja. Das lustige war, er hatte eine Reaktion, nachdem Simon gesagt hat, Michael Jackson. Okay. Er beleidigt ihn gerade. Er ist nicht so schön, wenn er die Tür zu tun hat. Ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Okay. 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 Oh, da ist er! Sehr schön, sehr schön Ja, Foto ist erledigt Danke Danke Sehr gut Ich hab gesungen, Michael Brown ist er fucking kannt ein paar Mal, dann ist er geko... Easy peasy Und jetzt zieht er mich so an den Füßen wieder ins Haus rein Wir machen spätestens dann keine Witze mehr wenn die Geister auch außerhalb mal kurz zeigen können dann kommt er einfach aus dem Haus raus Ja moin! Aber guck mal, er hat fast mit seiner Aktivität Mittelfinger gemacht Ja, 100% Mission, ne? Haben wir alles Nice Easy Kannst du noch mal ein Whiskyglas hier stehen? So Welcome back I've got some jobs ready for you Wow, das betreut mich gerade Naja Wieso? Ich hab Tanglewood Street auf Anfänge Asylum auf Fortgeschritten und High School auf Anfänge Ja, gut, nehmen wir mal... Ja, vielleicht lief einfach die Lobby oder keine Ahnung Ja, genau, mach die mal... Mach die mal auf Ich bin gleich wieder da Das ist ja noch dieselbe dann Jo Jo Willkommen zurück I've gathered a list of other Hunters asking for help Guten Job Ja, sehr gut, Tanglewood Street Profi Tanglewood Street House of Profi Perfekt So, und jetzt bist du wieder im ermittelten Team, ne? Ja, ich würde... Also wenn du willst, ich kann... Ich kann auch reingehen Nochmal Ist für mich persönlich spannender Weil im Truck bin ich eh bloß am Mic Ich mach eh lieber einen Truck als reingehen Da bin ich uns voller Ja, dann machen wir nochmal das Gleiche Jo Mir ist es egal Ich geh immer rein Ich hab halt mittlerweile 7000 Dollar noch übrig und ich hab alle Items schon neunmal Das glaub ich eigentlich Ich hab 2000 Dollar auch nie was gekauft Haha Jut Dann let's go Achso ich bin... Pfff... Auf Ich hab was Ich hab nur nicht gesagt, aber du... Ich hab nur nicht die Ah, diesmal hat er wieder vertauscht Keine Ahnung was das ist Sieben hat alle Tasks im Hintergrund zugemacht, Prozessor übertaktet Ja, ich hab erstmal meine ganzen Ich hab erstmal meine ganzen Cornhub Tasks zugemacht So, gute Fixe als Bego Center Erstmal flüssigen Stickstoff eingekauft und auf Prozessor gepackt, jetzt passt das Wie ist das normal so? Ja, der taktet immer mit 8GHz Erkennt ihn Ich kühl meinen PC auch mit flüssig Stickstoff Bisschen teuer, aber ja Vielleicht erklärt das, wenn meine Mainbox immer so schnell kaputt ging Ja Hast du schon irgendwas? Tätanzeige Ja 10 Euro, dass er wieder im Keller ist Oh, Hannes, wer heißt denn da? Hab ich gerade gefällt? Linde, Linde Ne, mein Lindas hier, mein Gott Wer von beiden Bisschen Linde Unten im Keller Also auf der Überwachung sehe ich keine Gefrierte Temperaturen Garage war auch nix Ich glaube hier ist gar kein Geist Das wär's auch mal Das wär's auch mal Einfach ein Level ohne Geist zum Trollen nur Ist ja auch kein Knochen und nix Oder der ist wieder irgendwo unter dem Küchenstuhl Hatte ich auch schon ob Aber hier ist auch nix Ich ermute, das ist Bad hier Ich hab hier neun Grad Ich hab ne Tür gerade gehört Es ist das Bad, hier ist das Ungefallen Okay Acht Grad Acht Grad Ah, da ist der Knochen Hast du denn nicht? Hab ich nicht gesehen, das ist so schnell Der war hier Der war hier Los Acht Grad Linda Wir sind wieder da Der muss mit der Namensfette rinnen Keine Ahnung wie das heißt Sehr gut, verstanden Ich geh mal kurz raus und hol mal Machen wir gleich mal Bewegungssensor Kurz fix Salz Gut, dann nehm ich mal Bewegungssensor 5 WMF hier in der Ecke Aber beim Schlafzimmer nicht in Bord Okay Okay, auch das Bad hat für WMF Ich hab nicht im Schlafzimmer Bad hat auch jetzt ihren Fuß Nein, Bardo ist los Ich hab Buch und UV Okay, dann nehm ich mal Box zum Bewegen Nupfes und die alleine sind ja geil Dann bleib ich mal wieder drin, ne? So aufm Klo Bist du hier? Bist du hier? Der mich im Schlafzimmer hat Der Geist ist aber offen Bist du hier? Bist du hier? Los Okay, wir haben die Box Okay, wir haben die Box Er hat Salz, ausgelöst. Ja, alles auch getötet. Doch kurz, nichts fehlt von dem Mission. Ja, dann gehen wir da mal rein mit Fotokamera und Proziehen den mal kräftig. Ohne hier ist noch geil. Wir lösen noch, Geister. Haben wir eine Kamera schon dritten? Nein. Dann mach ich das mit. Gut, dann gehen wir den mal richtig auf den Sack. Wir gehen noch mal kurz Salz mit. Wie war der Nachname? Der Nachname ist Linda Henderson. Linda, moin. Es geht. Warte, ich lass das Stativ immer hier draußen. Das ist Bullshit, oder? Nein. Nein, es fließt was über die Kamera. Nein, es fließt was über die Kamera. Kein Orb. Ja. Habt ihr ein Buch ausgelegt? Ja, ist am Boden. Äh, ja, ist am Boden. Okay. Er hält mal noch eine Kamera dafür, dass er durch die Türen des Bands schaut, falls über der Kamera was ist. Warte. Äh, ich stell dich mal aufs Stativ. Oh, Footsteps. Ja, genau. Ja. Ich hab auch gerade gesehen. Kamera an. Ohne Stativ ist nicht an. Ich hab nur drei Kameras. Zwei Kopfkameras. Zieh aus. Wir haben Fußabdruck. Ja. Jetzt müsste es gehen. Okay. Jetzt hält regeltechnisch ein Fußabdruck an der Tür. Hast du noch einen Fingerabdruck an der Tür? Nein. Lichtschalter? Auch nicht. Haben Lichtschalter? Okay. Gelt ein Fußabdrücker auch als Fingerabdrücke? Oh. Nee. Zehn. 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 Lampe. Oh, ich hab's jetzt gesagt. Boah, der Nacken. Alter. Kannst du die Kamera auch schon tief vor Spart stellen? Nein. Flur ist nicht beschrieben, oder? Nein. Schreien Sie, dass es den Flur ganz von Top bis zum Top. So. Das Ding ist, wir hatten halt einen Fußabdruck, aber ich glaube, das gilt nicht regeltechnisch als Fingerabdruck, oder? Flinker, also für die Geistbestimmung, meine ich jetzt. Flinker, also für die Geistbestimmung, meine ich jetzt. Finger hatten wir nicht, aber nur, aber Fuß, deswegen... Ja, aber Fingerabdruck haben wir eh keinen Geist mehr damit. Achso. Dann sind die Anscheinendfahrtsum da. Ja, nur Buch oder Orb. Ja, Buch liegt drin, schreibt sie aktuell nix rein. Ich kann nur jetzt noch ne Kamera, noch eine mehr versuchen aufzustellen. Nimm davor aber die Pillen. Ja. Hau die auf 100%. Noch zwei Pillen. Okay. Nimmst du eine Kamera so, Taschenlampe und eine Kamera mit Stativ. Dann machst du da ein Filmset draus, dann sehen wir da auch irgendwas. Hä, ich hab nur zwei Sachen, warum kann ich jetzt noch keine Kamera mehr nehmen? Achso, ich hab zwei. Toll. So. Naja, die Ziele haben wir ja schon mal, ne? Ja. So. Jetzt auch mal geht's. Buggy ey. Naja. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ich glaub da war nur Orb überm Boden direkt. Kann mich aber auch hören. Komm ein bisschen mal raus und schau mal selbst. Jetzt. Ach. Ach. Kleiner. auch. Jah. много komm dealer. Ja, das Ding ist eine Überschrift, da muss ich mich auch ausreden, muss da Spackis hin. Hm. Ja, da war ein Wort, da war ein Wort, da war ein Wort. Also ein Dschinn, Simon, ein Dschinn. Dschinn, Simon. Okay, Bodusziedel haben wir auch alle. Also bis das auf einer tot ist, haben wir es fast perfekt geschafft. Ja. So, wir warten noch mal ein paar Sekunden. So, ich hoffe du hast den Dschinn eingetragen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Hier steht ineinander. Ja. Das war alles gut, heute wäre es. Machst du gleich ein Thumbnail für die nächste Folge. Gut, nachdem ich jetzt so oft gestorben bin, wird ich jetzt ausnahmsweise mal im Spack bleiben. Ja, ist okay. Ich beende hier die Folge. Vielen Dank zu sehen. Halbe Stunde knapp. Passt ja. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.